Hallo und herzlich willkommen zu SchuhpassionTV. Im heutigen Video zeige ich euch verschiedene Schnürmethoden für den Derby Schuh. Im heutigen Schnürmethoden Video, nachdem wir uns im letzten Video um die Oxford Schuhe gekümmert haben, wollen wir uns in diesem Video um die Derby Schuhe ein wenig näher kümmern. Ich werde zwei verschiedene Schnürmethoden vorstellen, wie ich mir vorstelle, wie man halt einen Derby Schuh zu schnüren hat. Ihr erinnert euch, in dem anderen Video meinte ich schon, es ist nicht meine riesige Passion, man findet noch weitere Seiten im Internet mit tausend verschiedenen Möglichkeiten. Ich zeige euch die zwei, die ich anwende, mit denen ich im Alltag sehr gut durchkomme, die ich denke, dass es die gängigsten sind. Man kann das noch komplett durchdrehen mit den Schnürungen und es gibt die wahnwitzigsten Methoden, aber das soll hier nicht Thema sein. Wer sich dafür interessiert, kann dann auch gerne den Schritt weiter gehen und kann hier auch bunte Schnürsenkel benutzen für seine Schuhe. Die haben wir auch im Sortiment, die bieten sich an, wer es mag. Oder halt ganz gerne, um einen ganz besonderen Akzent zu setzen, ist hier ein Seidenschnürsenkel. Wenn der Schuh jetzt schwarz wäre, vielleicht auch noch aus Lackleder, dann kann man hier nochmal richtig schön was mit rausholen. Das eignet sich gut, das kann man machen. Wovon ich generell abraten würde, wären solche dicke Stoffbänder, die man halt in Sneakerschuhen einführt. Die sollte man auch da drüber in den Sportschuhen lassen. Wenn ich mir den jetzt hier drin vorstelle, dann kann ich sagen, ist die Etikette auf jeden Fall mit den Füßen getreten. Dafür würde ich abraten. Insofern, mein Ratschlag wäre halt gewachste Rundsenkel, Flachsenkel, in gesetzten Farben, zu den Farben des Schuhs passend, harmonierend, dann ist man auf der sicheren Seite. Und jetzt geht es halt nur noch darum, wie schnüre ich die Schuhe dann einmal korrekt, wie kommen wir zu diesem Endergebnis, wie es jetzt hier dargeboten ist und welche andere Schnürmethode gibt es noch. Und die will ich jetzt einmal im Detail vorstellen. Zunächst entfernen wir natürlich die Schnürung, um sie dann wieder formschön darzustellen. Gut, beginnen möchte ich natürlich hierbei mit der einfachen Kreuzschnürung, die sich halt für die wenig formellen Derbyschuhmodelle anbietet, da die mit zu verbinden zu verschnürenden Seitenteile halt hier seitlich aufliegen und dementsprechend dieser sportive, sportliche Charakter des Schuhs dadurch sehr gut akzentuiert wird. Für die Kreuzschnürung führe ich unsere Schnürbänder, die untersten Ösen, von unten kommt, einmal durch und achte dann darauf, dass die Schnürbänder beide parallel gleich lang sind. So, und dann führe ich halt schlichtweg von der einen Seite rüber zu anderen Schnürsenkel durch die Ösen und vollziehe das dann im Wechsel, bis ich oben angekommen bin. Und halte so am Ende, da war die Länge stimmt, am Ende Kreuzschnürung. Perfekt geeignet für den Derbyschuh. Das wäre Schnürvariante 1, der Klassiker für den Derby, die Kreuzschnürung. Wem das dann doch ein wenig zu sportlich ist, ein wenig zu, ja, filigar hier, dynamisch, sage ich mal, da gibt es noch eine zweite Variante, die zeige ich jetzt. Bei der zweiten Schnürmethode, die ich vorstellen möchte, handelt es sich um die Parallelschnürung. Hier ist es anders als bei der Kreuzschnürung, führe ich die Schnürsenkel von oben in die unterste Öse ein, die untersten Ösen ein, und achte darauf, dass beide jetzt nicht unbedingt gleich lang sind, sondern die von mir aus hier linke ist ein klein wenig länger als die rechte, also diese hier ist ein klein wenig länger als diese, um dann halt eben sicherzustellen, dass am Ende die Länge hier hinhaut. Jetzt gehe ich mit der, von meiner Perspektive aus unten links ist, wechsle ich einmal rüber auf die andere Seite und gehe gleich wieder zurück auf die Ausgangsseite und habe jetzt hier schon schön die Parallelität hergestellt. Jetzt kann ich den liegen lassen und komme mit der anderen Seite von unten rechts in das dritte Ösenpaar und führe es wieder rüber auf die andere Seite, nutze jetzt wieder mein Ausgangsende, fahre mit dem rüber und wieder zurück. Ich muss jetzt nur noch die Seiten einmal vertauschen, um dann halt den Zug drauf zu bekommen auf die Seitenteile. Fertig ist es. Hier eine wunderschöne Parallelschnürung beim Derby, bei diesen 1, 2, 3, 4, 5 Lochpaaren. Wenn ihr euch die Frage stellen solltet, wie die richtige Länge ist, die man wählt bei den Schnürsenkeln, schaut bitte in die Beschreibung des Videos, da gebe ich darüber Auskunft. Damit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr in Zukunft eure Derby-Schuhe ordentlich, richtig und elegant schnüren könnt. Ich habe vielleicht den ein oder anderen Mehrwert für euch hier mitgenommen. Sollte dem so sein, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal für weitere Videos aus der Welt der Schuhe. Ihr habt Fragen, habt irgendwas nicht ganz verstanden zu den Schnürmethoden für den Derby-Schuhe, dann ab damit unten rein in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.